Leute, in der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir Adrie verloren haben. Nach einer super komplizierten Route kamen wir zu diesem Ort. Und uns wurde klar, dass wir es zu dieser Insel schaffen sollten, denn von dort kommt Adriss Stimme. Crazy Daddy hat das Schlauchboot bereit. Und jetzt kann es losgehen. Komm schon! Ja! Komm schon, Crazy Mommy! Wir sind bereit! Es kommt von Minute zu Minute näher und näher. Adrie, wo bist du? Stille! Etwas hat mich gerade berührt. Crazy Daddy! Crazy Daddy, nein! Ich werde dich niemals gehen lassen! Leute, was ist hier los? Crazy Daddy, ich lass dich nie wieder los! Halt dich fest! Bitte lass nicht los! Oh nein! Was soll ich nur ganz alleine tun? Ich kann nicht schwimmen! Okay, ich werde zur Insel schwimmen müssen. Adrie! Wo bist du? Crazy Daddy! Ja, wir haben... Wir haben es geschafft! Ich weiß wirklich nicht, wo wir sind. Ich glaube, ich habe die Karte verloren. Wir haben auch auf dieser Insel etwas Wasser auf dem Boden. Was ist das? Ist das ein Tier? Nein! Es ist ein Mensch! Könnte es... Könnte es sein? Crazy Daddy! Crazy Daddy! Gott sei Dank habe ich dich gefunden! Crazy Daddy! Geht es dir gut? Was ist mit mir passiert? Du bist gefallen. Du bist vom Wagen gefallen. Sieht aus, als hätte dich ein Tier ans Ufer gezerrt. Was? Hast du das gehört? Ja! Das muss Adrie sein! Adrie! Sie müssen in dieser Höhle sein! Komm schon! Adrie! Wo bist du? Wir können nicht durchkommen! Die Blut kommt! Wir werden tauchen müssen! Aber... Ich weiß nicht, wie man taucht. Tu es einfach! Adrie! Adrie, bist du da? Adrie! Was? Das gibt's doch nicht! Diese Maske ist von dem Hacker! Hilfe! Ich wusste es! Adrie! Wir sind genau hier! Dala! Es ist Adrie! Baby, geht es dir gut? Wo bin ich? Sie ist zu schwach! Crazy Daddy! Wir müssen Hilfe finden! Schau mal, da drüben ist ein Telefon! Wir müssen das Krankenhaus anrufen! Crazy Mommy! Adrie! Aber... Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Crazy Mommy! Wo ist Adrie? Wo ist sie hin? Wer hat sie mitgenommen? Jemand hat sie entführt! Was? Ich hab es dir gesagt! Er nimmt sie mit! Der Hacker holt sie weg! Aber... Wir müssen etwas tun! Leute! Wenn du sehen willst, wie wir Adrie in der nächsten Folge retten, abonniere einfach und verpasse sie nicht! Komm schon! Komm schon!